20 23 ist fast vorbei es gibt aber noch eine folge die zwei zehn applaus aus dem hintergrund was für ein jahr was für einen abschluss was für ein letzter was für eine letzte ansage klingt ein bisschen komisch aber da klingt ja hallo hallo gleich schon mal jack wir sind die zwei das war minias a.k.a. sebastian a.k.a. schutz zock liebe grüße soll ich ausrichten aus dem aus dem stream habe eben gerade im stream beendet und man hat das sehr nett liebe grüße sehr sehr nett dankeschön ja und gut besser und alle die jetzt gerade krank sind manchmal erzählt das ist ja mittlerweile so ich habe gesagt wir machen jetzt gleich podcast deswegen muss ich schluss machen ja und dann bist du 20 minuten länger gebraucht oder was was sehr gut war weil dann konnte ich noch was essen war das nicht so aus dem stream raus und hat mir gepasst ja wir waren wieder in lego fortnight unterwegs lego fortnight da kann man auch gleich anknüpfen dann willst du direkt loslegen weiß ich nicht wir reden erst über deine frisur heute hat geregnet und sind ich mache mir mal ja ich sind auch echt lang mittlerweile die haare ja schon wieder das ist ja sagt er also schon mal von der seite so wenn du so ein bisschen wachsen das verlässt du bald die aufenthaltsgenehmigung aus brandenburg what the fuck wo kam der denn jetzt her schwierig nee und den muss muss ich jetzt schneiden kind war heute beim friseur schneidet nicht ihm selber geht er zum friseur der geht zum friseur ja aber papa nicht papa geht nicht zum friseur nein aber wie kommt das also warum warum hat sich irgendwann ergeben einfach wenn du so willst auch ein bisschen aus der not der dinge es ist so dass ich zum friseur mich ganz selten gegangen immer nur zu meiner oma alle paar monate oder alle paar wieso deine oma war die friseurin die war die ist friseur meisterin sogar hatte einen eigenen laden in potsdam ah wie cool das ist ja geil auf so und ich werde jetzt nicht sagen wo genau in potsdam aber auf auf mehr so ländlichen bereich sage ich jetzt mal keinen einfamilien bereich so einfamilien hausbereich also nicht so in den blöcken egal auf jeden fall da immer hingefahren und dann immer so verbunden mit nachmittag und hallo und hier und haare schneiden und dementsprechend bin ich es nicht gewohnt zum friseur zu gehen und als ich in hamburg alleine gewohnt habe war ich erstens zu faul mir ein zu suchen und dann hatte ich hatte ich angst dass das sowieso nicht so wird wie ich das möchte und dann habe ich angefangen das einfach selber zu machen ich meine jetzt auch das verstehe ich und ich finde es total cool dass ich finde immer der berufs friseur oder friseurin ist ein guter beruf der allerdings wie viele berufe unterbezahlt ist meines erachtens ich finde immer dafür dass du also bei uns wenn ich jetzt im friseur bin habe ich mein zwanni bezahlt mit waschen schneiden ja ja also es kostet mittlerweile kostet 30 aber so als ich hier hergezogen bin vor zehn jahren oder regelmäßig zum friseur gegangen bin war es immer so um die 20 und 25 mit augenbrauen und was ich immer so extras was du dann noch kriegst und ich finde es ist zu wenig geld weil ja ein guter friseur eine gute friseurin das so weiß ich gar nicht finde ich sind 20 euro also beim herrenschnitt für 20 minuten 30 minuten arbeit finde ich zu wenig ja also ich finde es handwerklich ist ja ein handwerk ich bin voll bei dir einerseits andererseits frage ich mich gerade bin wäre ich bereit so viel zu bezahlen also 30 35 40 euro für ein haarschnitt nein das finde ich zu viel also in meinem fall jetzt sowieso ich bin ja also ich ich finde immer dieses dieses event friseur gehen finde ich toll weil die haare gewaschen bekommen und weißt du so das ist immer so ein schönes gefühl wenn man vom friseur kommt zwar für mich immer so was besonderes und nachdem die haare immer dünner wurden und die heimatsecken immer weiter und so weiter habe ich dann irgendwann mal gesagt damit meine haare für meinen geschmack einigermaßen gut aussehen müsste ich alle zwei bis drei wochen zum friseur weil umso länger die werden umso komischer sieht es aus weißt du also dann gerade wenn ich so kurz geschnitten sind wie sie jetzt geschnitten sind und die wachsen in den zwei drei wochen wachsen die so oder sagen wir drei bis vier wochen wie es halt nicht mehr gut aussieht finde ich weil wenn die so kurz waren und dann lang wachsen dann haben die so einen komischen schnitt ja korrekt und das war der grund und dann war eine korona und so weiter und dann habe ich irgendwann angefangen und habe auch die gesagt ich mache jetzt meine haare selber und ich bin jetzt seit über einem jahr nicht mehr beim friseur gewesen weil mit der maschine drüber gehen in verschiedenen aufsätzen in verschiedenen längen und was er einfach passt die einfach genau bei mir ist meistens am wochenende so wasser genau wo du irgendwie kahlschlag am ganzen körper machst weißt du so der nicht so ist wirklich so mit der heckenschere durch einmal kurz den flammenwerfer gesteckt hier frau zündet den flammenwerfer ich stelle mich kurz rein nee aber das ist so bei mir ist dann immer zwischen rasieren und hier body groomer wie man das ja in modernen zeit so nennt also diese diese ganzkörper rasierer da gibt es ja auch mittlerweile wo du dir nicht alles verletzt und kaputt machst die schrumpelhaut die schrumpelhaut verletzt genau und das ist bei mir immer so insgesamt also alles kahl machen überall und dann ab und in die dusche und sich danach super fühlen ich fühle mich immer total gut wenn das dann alles so bad ist frisch gestutzt der kopf ist kurz doch doch ich fühle ich fühle ich voll und das dieses gefühl bringt mich dazu ich habe nämlich ein video gesehen wie wie so eine premium gesichts massagen wäsche mit rasur und alles ist und wieder das ist ja doch die meistens diese ich glaube türken sind es auch oft die das so zelebrieren ja dieses gesicht finde ich nenne ich es jetzt einfach mal wo hunderte von cremen in einer abfolge und dann das 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 nasenhaare hier und rasieren und noch mal eine creme und auch und aufreiben und älter der hat sich da halt hingesetzt mit einem buschigen bad der gut aussah so ne also eine gute form hatte und alles der wurde denn erst wurde der bad so richtig massiert ja richtig die haare vom bad rein massiert und dann und dann aber doch abrasiert was ich nicht verstanden habe aber der kam der weißt du der kam der wie soll ich denn sagen als der fertig war weil er so richtig zufrieden sah der aus ist der vom vollbad in in glatt rasiert in glatt rasiert der ist irgendwie zehn jahre jünger geworden und die haut und weißt du denn das würde ich auch gerne mal erleben das muss so richtig das gefühl muss richtig geil sein also so von vollbad auf auf der abbie auf jeden fall nicht nicht also weniger um das bad schneiden sondern darum was dem gesicht alles getan wurde ach so ja mit der ganzen geschichte mit diesen die haben doch immer so wie so ein wattebausch der anscheinend in alkohol gedrängt wird und damit flemmt ihr dann die ohrenhaare ab und und so ein kran genau das und dann noch eine creme und dann ist und noch eine creme und noch eine creme und eine massage aber ich glaube nasenhaare ist auch also ich mache das mit so einem nasenhaarrasierer weißt du aber die machen das ja teilweise mit so wie so einem wachsfropfen in die nase rein und dann wird das rausgerissen an so ohrenstäbchen ich glaube das kann nicht gesund sein das macht gar keinen sinn also weil die nasenhaare filtern die nasenhaare sind super wichtig absolut und denn halt ja absolut also da kommt der ganze smog der kommt da so rein sonst ich verstehe dass die nasenhaare vorne nicht so raus wuchern sollen weil das nicht mit dem barter verbinden ja ja aber aber das komplett rausreißt weiß ich nicht klar nicht gut sein das mache ich auf gar keinen fall ne was ich ausreißen sind an der ohren jetzt jetzt sind wir ja schon mal dabei sind ja also ohrenhaare kann ich ja gar nicht leiden super ätzend aber das ist ja das was was im alter kommt ja da bin ich auch mal rauszuppeln ja aber mit alten männern hat man doch die haben dann so ohrenhaare ja du augenbrauen wie augenbrauen da fängt es an dass sie auf einmal so komisch wachsen wo dann so irgendwie drei vier haare auf einmal meinen die nicht frühzeitig ausfallen wollen weißt du wo ich mir bald hier zöpfchen machen kann und meine friseurin immer soll ich die augenbrauen war nicht so her sicher ich fand das immer so auch wenn die die augenbrauen komplett gemacht hat dann dass sie wieder in form waren und alles so alles gerichtet dann sitzt du da vorne denkst du okay so kann es auch aussehen weißt du warst so richtig überrascht ja ich habe immer früh gesagt naja augenbrauen muss man ja nicht machen ja meistens die frauen aber das ist auch sieht wenn man gepflegt aussieht ich finde das immer schön ich habe ich da ja nicht drüber nach ja weil ich habe meine frau begleitet immer zum augenbrauen zupfen weißt du die ist dann immer und weil sie das irgendwie nicht selber machen kann und dann ist er zum friseur gegangen um es machen zu lassen und dann sitzt du da mit drehenden augen weißt du wenn die die herrchen daraus gezuppelt werden habe ich irgendwann gesagt komm du probierst auch mal aus und ich finde es geht ich meine es natürlich es gibt angenehmere prozent prozedere geht aber aber ich finde es jetzt ist es ist okay man muss man ja nicht abkönnen wenn die augenbrauen gezupft werden ganze mit der motorsäge raus an passt zusammen aber gut ja da sind so haben wir es auch abgehakt ja wir sind ja drauf gekommen weil du deine haare auf einmal so hoch stellen konntest ich war total irritiert ist ja voll den voll die die tolle da vorne ja ich so richtig so richtig form wie so ein richtig das könnte richtig elvis ding sein hintergrund hallo ja hatten alter es ist jetzt die folge ist nach weihnachten jetzt wir sind heute am ersten weihnachtsfeiertag ja ersten wehrtags feiertag also wenn ich fahre ich zu meiner zu meinen zu meiner mutter und vater heute jetzt heute fest und los am ersten weihnachtsfeiertag und bis dann dort bis über den zweiten oder auch länger über den zweiten hinaus genau weil wir am abend da gibt es eine wunderschöne tradition im kleinen heimatstädtchen da treffen sich dann so ein paar leute so zum glühwein trinken das machen wir schon seit zehn jahren oder so und wie so feste größe dann kommst du dann da triffst du dich einmal im jahr triffst du die alle so wisse familie oder auch freunde freundeskreis ding familie ist das eine und dann sind wir abends bei einem kumpel und der das veranstaltet sozusagen glühweintreffen oder trinken das ja glühwein ist ja für mich wie schlaftabletten das ist ja ein so ein ding bettfertig ich trinke halt nicht werde nicht achso nicht vom glühwein naschen glaube ich vielleicht mal kosten aber wir haben guten jetzt also ich hatte mit meiner frau hatte ich die tage haben wir im globus das haben wir schon mal drüber gesprochen die hatten so ein so ein aktionsbereich wo es wohl lebkuh normal ausgestellt sind hatten sie ein so ein ding mit glühwein sorten und super mit blaubeere super lecker aber wie gesagt ein ein becherchen glühwein dann bin ich bettfertigt das ist so wirklich so wie können wir jetzt hinlegen ja nee aber das ist so schön also familietreffen auf jeden fall bei uns ist dies ja leider etwas doof also insgesamt ja so ein bisschen blöd dieser war es ja für die familie nicht so happy zusammenkommen irgendwie nee leider auch nicht also sieht jetzt so aus dass war meine mutter liegt leider mit corona flach und das ist zum zeitpunkt der aufnahme ist donnerstag sonntag ist nicht lang und sie war noch positiv also das ist glaube ich und keine gute idee wir werden sie jetzt morgen noch mit mit sachen versorgen noch mal einkaufen wir waren jetzt die woche schon mal einkaufen zum glück urlaub da ging das recht gut ja jetzt wollen wir morgen früh relativ früh raus noch mal einkaufen gehen bevor der kopf vor das chaos los startet weil das jetzt doch schon drei tage sind heute war schon also meine frau ist heute einkaufen sagen ja gut im prinzip kannst du ja bis samstag einkaufen gehen das heißt ja 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 schon grenzwertig und samstag dürfte auch normaler tag sein ja das ist ganz normaler tag das wird das ding wird aber geht bitte nicht samstag einkaufen also morgen zum freitag jetzt hier ein bisschen spät vielleicht so geht nicht einkaufen am samstag habe ich finde das blöd ja auf jeden fall wenn meine mam versorgen dass sie was hat und dann schauen wir wie es dann weitergeht am ersten kriegen wir besuch da kommt mein freund da vorbei mit dem ich auch in der wg gewohnt habe den haben wir so eigentlich recht regelmäßig mal an weihnachten getroffen oder eigentlich war er immer an weihnachten bei uns manchmal 24 mal mit dem ersten je nachdem wie es gepasst hat niedlich meistens am ersten und ist dann zu besuch dann meist wahrscheinlich wieder einen film gucken meist ist im neujahr im neujahr quatsch am ersten weihnachtsfeiertag aber bis jetzt immer leon der profi oder die hard geguckt ist so der weihnachtsfilm ja das ist so klassiker und da freue ich mich drauf weil den habe ich jetzt auch schon zwei jahre nicht mehr gesehen weil im letzten jahr haben wir ausgesetzt und wir sehen uns eigentlich mal so sporadisch ja aber trotzdem haben wir es irgendwie so über die jahre geschafft dass wir uns immer um die weihnachtsfeiertage sehen gucken freue ich mich drauf ansonsten genieße ich einfach die freien tage das ist ja auch schön also ich meine ich hätte jetzt keine meine mutter da gehabt an weihnachten aber was sie bei uns sieht das keiner so eng ist also dass das jetzt irgendwie gefeiert werden muss ja verstehe finde ich also natürlich ist eine besondere zeit wo auch durch die äußeren umstände durch frei oder durch weihnachtsschmuck in der nachbarschaft oder solche dinge ist natürlich so ein weihnachten wird ja da irgendwie provoziert aber ich muss sagen für mich ist es flair genau aber für mich ist das nichts wo ich jetzt sag muss ich haben oder habe ich oder besser also ich traue dem nicht nach dass ich nicht habe das ganze jahr sein die lichter aus in den häusern und so das finde ich geil genau ja genau und diese gemütlichkeit warum muss man da auf weihnachten warten klar es passt natürlich eher zu einem kalten jahreszeit aber das ist ja auch konditioniert über die jahre warum kann man sich nicht gemütlich machen immer also genauso wie geschenke schenken ich finde geschenke schenken finde ich total dämlich dass es an diesem einen tag passiert also kinder yo weil es ja auch da von außen so ein bisschen die weihnachtszeit ist ja wo viel werbung läuft oder unterhalten sich mit ihren freunden und freundinnen über geschenke die man bekommen hat oder das ist ja ein allgegenwärtiges thema aber für erwachsene die sich im zweifelsfall das kaufen können was sie benötigen und finde ich ist es doch also ich handhabe schon seit jahren so dass ich sage ich schenke dann etwas wenn ich mir das einfällt und ich denke das passt aber da brauche ich keinen tag kein geburtstag kein weihnachten das finde ich total blöd also ich finde schön zu schenken und ich freue mich wenn sich jemand freut aber oder ich freue mich ja auch über überraschung aber ich ja ich habe zum beispiel morgen salzstreue geschenkt bekommen habe ich mich darüber gefreut also beziehungsweise so eine salzmühle sondern so ein ja aber bei mir ist es schon so drin also wie ist es schon also geschenkt wird nur an geschenktagen also wir haben irgendwann meine familie gesagt das ist jetzt auch schon ein paar jahre her dass wir uns dass wir uns an solchen feierlichkeiten wie weihnachten et cetera nicht schenken weil das ist ja für alle allgemein dass hier wie als hätte jeder geburtstag so ungefähr und warum man sich da jetzt was schenkt das hat für uns dann irgendwie keinen sinn gemacht wir haben gesagt wenn man jetzt am geburtstag ist und da eigentlich auch wenn man sich trifft weißt du so wenn man zusammenkommt und dann da irgendwie ein geschenk da lässt aber wir haben auch oft nicht geburtstag gefeiert also gefeiert in größerem rahmen natürlich jeder für sich so in seiner familie in dem sinne aber jetzt nicht so mit familie großartig getroffen und dann gefeiert aber ich glaube mein vater hatte auch nie bock auf feiern der wäre ganz der hat ja nicht mal seinen siebzigsten gefeiert oder sowas ok hat er mir überhaupt keinen bock auf menschen aber das lag natürlich auch in seinen umständen und das hat ihn dann mehr gestresst wenn so viele leute aufeinander zukommen und ich meine ist ja auch nachvollziehbar man ist ja es gibt coole geburtstage also mein 40 der geburtstag war der hammer das war so da war die wirklich alle da eigentlich aus der familie ja vater mutter alle zusammen mein bruder selbst mein bruder aus bremen also mein zweitbruder sozusagen war da das war irgendwie hast du noch ein bruder zwei brüder nein ich habe ja geschwister durch die dadurch mein vater noch mal geheiratet hat ja verstehe verstehe meine schwester in australien und mein bruder ist in bremen und kann es ja nicht also wobei nach australien habe gerade wieso bist du nicht schon mal bei ihr gewesen dachte ich mir aus australien ist alles in der kurzen zeit nee das macht gar keinen sinn nach australien also erstmals der flug sauteuer und die der zeit die zeit also selbst wenn der flug bezahlt wäre ist es die zeit also die die lange flugzeit die du hast also mit umsteigen irgendwo im asiatischen raum und das ist auch ein erlebnis auch cool also ich bin nach nach new york geflogen und das und oder von san francisco nach 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 frankfurt oder nach berlin glaube ich nicht nach berlin ja das ist ewig kommt dir das vor aber es ist cool aber wenn du denn da landest ja in australien dann kann jeder käfer dich dort töten jeder die mücke da ist eine schlange eine riesige hand spinnen die casual am auto sogar abhängen die fressen auch manchmal autos und wenn es das nicht ist dann kloppt dich ein blödes känguru und selbst der koala ist total giftig und lagerfeuer lagerfeuer hätte ich mal gesagt weil waldbrände hatten ja wirklich probleme waldbrände waren jetzt auch jahres und flut zum glück meine schwester ist relativ entfernt ich will gar keine so riesengroße spende sehen jetzt überhaupt nicht in meinem interesse ich finde akzent gut ich mag das ist ja liebe ich total ist das super total das ist echt cool meint die sind absolut sympathisch wenn den mund aufmachen im gegensatz zum allgemeinen sachsen erst mal das gegen alle sachsen wunderbar fängt er gut an voll weihnachtlich hier gerade so wir haben jetzt auch noch einen großen teil unserer hörerschaft verloren wieso wieso denn großen teil ist das quatsch glaube ich nicht quatsch und selbst und dann kann er aber drüber lachen wenn er sagt uns uns hört kann also wer wer bis folge 235 durchgehalten hat über all die jahre die klappt den schock nicht mehr viel wie so nur noch so ein insider ding hier wir und drei andere es ist eine kleine feine hörerschaft würde ich mal sagen ich freue mich immer wieder wenn ich so lese oder mitbekommen wer das alles hört ja also auch so aus der näheren bubble dann ja ja schon finde ich schon spannend wenn dann einer wenn dann jemand die folgen hört und das so mitbekommt schon guter mich ja ja cool ja ich meine von denen ist halt gar nicht weißt also das hatte ich relativ häufig so ich habe ja mal in euren podcast reingehört dann stimmt ja stimmt was ist ja ein podcast und die wahrscheinlichkeit dass derjenige oder diejenige das hört irgendwas über ihn gesagt nein nein aber wir sind schon glaube ich sehr offener vielleicht sogar offener als im live stream hier über was wir reden welche themen was ist auch natürlich vom thema her schon weil wir ja natürlich hier ganz andere das ist ja auch die möglichkeit andere themen zu behandeln hier die die auch nicht in den stream hören also da bin ich ja ich bin ja voll bei dir also das ist hier im ernst da sage ich jetzt mal in mancher sind also nicht ernst da würde ich nicht genau nicht ernst ja erstere themen erst so themen ja klar weil es nichts mit gaming zu tun wobei ich meine ich mache schon viel just chatting und da kommen auch schon viel themen zum tragen das auf jeden fall aber ja im endeffekt ist es ja ist ja dieser podcast und das kann man einfach nur wiederholen ist ja eigentlich unser unser tagebuch so ja also ist auch dazu geworden sind ja es ist wie das dazu geworden ja ich finde das cool also so wenn man das revue passieren lässt aber was man über alles gesprochen hat in gewissen themen bin schon spannend weil paar tagebuch schreiben weiß ich nicht wäre erst mal der prozess des schreibens zu voll gut es kann heutzutage jedes handy diktiert bekommen keine ahnung bisschen typ der tagebuch schreiben würde ich wollte mal einer sein ich hatte mal ich hatte bock auf aber da war ich halt total jung bock auf und dann habe ich glaube ich zwei tage es geschafft also mir ist der prozess wie das lesen ist mir zu ineffizient wahrscheinlich würde ich mal sagen also ich finde ich finde es hat total cool und ich mache das total gerne und das wahrscheinlich auch total blöd viele dinge parallel zu machen also im gewissen maße nicht so hundertprozentig also dieses multitasking versuche ich schon oder also ich lasse mich oft berieseln von etwas also wie zum podcast und dann kriege ich irgendwie so ein trigger wort mit und merkt dass ich in meinen dingen also zum ich arbeite ja zum beispiel parallel also ich bei arbeit habe ich immer so ein so ein so ein airpod einseitig im ohr und höre praktische podcasts und wenn ich dann merke dass dort irgendetwas trigger wort in dem podcast fällt und denke was reden die gerade was war aliens wo und dann spiele ich oft noch mal zurück weil ich dann gemerkt habe ich habe es verpasst ne also eben mache ich auf gar keinen fall könnte ich nicht weil entweder oder wenn ich irgendwas mache für die arbeit oder so aber du hast doch bestimmt schon gehabt dass du irgendwie ein video laufen lässt und zockst nebenbei ja mache ich aber auch selten ja ja ich auch ja gut beim beim haus darüber machen höre ich dann da höre ich dann musik und da kommt ja manchmal auch so von spotify schlägt ja dann auch manchmal so mini reportage oder podcast dann so rein in die playlist ja und dann kann es sein dass ich da dann so mithöre ja aber vermeintlich geklappt arbeiten besser mit musik als ja ja ich mache das beim sunday oft und und wenn ich es denn doch mal habe ich nichts davon mitbekommen also bringt es mir eigentlich gar nichts außer dass vielleicht mich daran hindert in die andere sache mehr prozent an energie zu stecken ja ja ich sage ja also vom von von vernünftigen standort punkt oder sowas macht multitasking einfach keinen sinn weil du nicht bei der sache bist das merke ich ganz oft wenn ich hier nicht parallel so einfach multitasking macht einfach keinen sinn es ist für mich ist es oft dass und podcast auch wie musik berieselt aber um ernsthaft musik zu verstehen zuzuhören das zu wenn es nicht lala musik ist oder ein song den man schon 100 mal gehört hat dann finde ich macht es durchaus sinn da auch mal hinzuhören was da passiert also das nebenbei zu hören macht dann wenig sinn wenn man das neu entdecken will also zum beispiel der alligator song damit den wir letzt mal vorgeschlagen haben den finde ich lyrisch einfach total großartig geschrieben und dann magst du das ja auch verstehen und aufnehmen richtig genau richtig ich habe festgestellt im neuen job dass wenn ich chill out oder workflow musik höre das mir tatsächlich hilft unfassbar ja weil du so ein beat hast und der mich nicht ablenkt trotzdem aber auf meine laune und meine stimmung auf ein gewisses level hält so irgendwie keine ahnung musik die nie eskaliert immer ja ich habe euch gemerkt das war was krass ich habe früher fast nur also wenn ich schon auch nicht fast nur ich habe eigentlich schon immer eigentlich alles mögliche an musik gehört aber sehr viel so wie ist das heutzutage chill house bass und so keine ahnung drum bass irgendwas keine ahnung wie man das nennen mag aber damals war es halt so sphärisch und oft so café del mar und diese richtung das war so diese diese abgelegt musik habe ich da habe ich das mal erzählt in von meinem ziviliens den snussel raum hat mir das mal als thema hat mir nicht hat mir sicher ich wüsste ich als thema das snussel raum doch das haben wir schon ich drücke jetzt hier steuerung f und suche nach raum ja und da sind wir bei träume und das raum schiff raum schiff genau in dieser folge wird wieder ein flummi damit voller wuchtel raum das war mal eine anmord aus folge 174 befeuchte träume war 167 und 123 haben wir auch schon mal geträumt und jacks traum in folge 123 ging es um jacks traum welcher jack mein traum in folge 117 ging es um deine traum gitarre ich muss mir das mal anhören dann haben wir interessant und der traum vom fliegen hatten wir in folge 65 das war das war cool und dann hat mein lied mit träume und jetzt immer wieder durch nee also wir haben nicht drüber gesprochen in meinem zivildienst ja jetzt auch du jetzt du bist da gerade so durchgegangen und da kommt mir so die idee daraus könnte man wie so eine best of folge machen oder 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 einen jahresrückblick dass wir sozusagen einmal durch die jahres folgen gehen und gucken was über was haben wir geredet und das ist sehr viel text sieht man hier die gesamtzeichen anzahl in diesem komischen dokument keine ahnung sind 50 folgen ist vielleicht ein bisschen krass für ein jahr dann ist ja fast quartalstechnisch das muss man durcharbeiten also das artet ja also bei unserer unvorbereiteten wenig geduldigen art wird das glaube ich nichts ja also über den schnusselraum wollte ich sprechen genau in meinem zivildienst das war ja mein zivildienst war in einem integrativen kindertagesstätte also sprich behinderte und nicht behinderte kinder waren in verschiedenen gruppen es gab aber auch gruppen die mit nicht behinderten kindern waren oder mit behinderten wie auch immer und dort gab es zu therapiezwecken halt alle möglichen spiele und es gab den sogenannten schnusselraum das kommt glaube ich aus dem niederländischen das findet der fleischauer mit google mit sicherheit was ein schnusselraum ist also ich wüsste das ja schon und dort war ein wasserbett drin unter dem große subwoofer montiert sind und dann wird praktisch so sphärische musik aufgelegt also im zweifelsfall basslastig und das gibt dann so vibrationen auf diesem wasserbett was so sensorik animieren soll also dass die es muss glaube ich es wird glaube ich es niederländisch meine ich wird s u n u z z oder so geschrieben ich bin mir unsicher es wird s n o s n o o z e und heißt bösen und ist englisch nee snooze ja nee aber es heißt der snussel naja snussel ist ja dann wahrscheinlich nur der dösselraum ich meine egal auf jeden fall in diesem in diesem wasserbett da haben wir wir hatten einmal eine cv party seitdem durfte keine cv party mehr im kindergarten gemacht werden ach du scheiße wir hatten ja unter anderem auch ein schwimmbad und und äh nachdem der hausmeister dann am nächsten tag oder nach der party dann die kronkorken aus dem filter raus gefischt hat und einen schwimmenden bierkasten so aus dem wasserfisch muss der duft hat und nicht mehr gefeiert werden ja ein bisschen ausgeartet was ist denn mit euch los ja auf jeden fall dieser snusselraum ist richtig krass sich da drauf legen auf diese matratze dann so absphärische musik hören noch entsprechende sportzigarette und dann bist du da so das war ja zivildienst zeit ja wir haben sie auf jeden fall genutzt nennen wir es mal so sagen wir es mal so schön schön freue mich sehr weggeschnusselt im zivildienst ja wirklich was erlaubt ihr euch das geht ja gar nicht was erlaubst du uns ach ja das fand ich mal cool respekt vor den kindern ja freunde ja ich finde es cool ich meine es ist ja auch für erwachsene cool was die da so machen also diese 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 reize zu schaffen mit tönen mit licht mit gab es genau du in dem snusselraum konntest du zusätzlich konntest du noch so ich nenne es mal so laberlampen licht an die wand werfen also praktisch so durch so projektoren mit so einer scheibe die dann so voll der trip raum erst mal weißt du erwachsene hauen sich da irgendwie ein kram rein um da drauf zu kommen und die kids sitzen da einfach im in der vibrierenden matratze mit weißt du aha zum entspannen das hat das ist wirklich therapiezwecke solche sachen ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß das haben die bei mir in der in der behindertenwerkstatt auch ich fand das immer cool war schon eine geile zeit zivildienst muss ich wirklich sagen also diese diese erfahrung zu machen war das beste was ich je in meinem leben gemacht habe da zu arbeiten für diesen hungerlohn da ist meine meine selbstlosigkeit einfach zu da kommt der effizienzgedanke kommt wieder zum tragen ja leider aber das war eine coole zeit apropos eine coole zeit ja fortnight lass uns aufs spieler gehen genau lass uns da ein bisschen umschwenken ja ich habe mich so festgezockt ist das so ja es ist so krass wir haben den einen tag auf einmal wir zocken so auf einmal kommt meine frauen zu kurz so ich sage da mal gute nacht und ich weiß wenn meine frauen ins bett geht ist es spät weil also ich bin meist vorher im bett echt ja und wir haben zwei oder sowas halb zwei oder eins halb zwei ich weiß nicht mehr genau es war auf jeden fall später als ich es erwartet hätte weil wir nur eben mal kurz noch mal spielen wollten und wir haben dann in dem einen abend sind wir vom gras biome ins in die wüste umgezogen und das ist leider auf dem server den den ich da aufgemacht habe sehr kompliziert oder langer weg sagen wir mal so also wir mussten lange strecken laufen also diese biomes grenzen sind stellenweise durch den sieht auch bestimmt nicht gerade nah beieinander und ich bei meiner karte die ich mal im display verwende ist es glücklicherweise so dass praktisch im süden die wüste ist im norden ist das eis also praktisch so ganz klassisch wie so ein streifelt aber das in dem in unserer unserer ersten welt in der ersten welt ich erstellt habe muss sozusagen die stammt aber auch noch aus einer anfänglichen phase wo das spiel ganz neu war und fortan wird aktuell massiv gepatcht immer wieder also stack größe wird geändert werkzeuge halten länger jetzt wurden durch so eine software leaker haben sie schon festgestellt dass neue ressourcen neue gegner reinkommen solche sachen also dass das wird noch richtig cool also neue boss gegner vor allen dingen und so die dann auch so ein bisschen aufgaben bieten ich meine man hat jetzt diese kleinen ja doch biome gibt es ein genau ein der jeweils unterschiedlich stark ist und der ist schon also zu zweit wenn du den so ein bisschen dir hin und her schieben kannst easy feile kriegt der durch genau also ich habe ich habe so keine ahnung ich habe mit schlaf wir haben uns voll vorbereitet hatten dann schon diesen großen bogen aus weichholz sieht er auch anders aus der ist einfach nur grün ja also die die nächste die man kann es immer ganz gut erkennen die erste werkzeugstufe braun die nächste ist hellbraun und dann kommt grün und dann siehst du es auch durch so ein farbbanner noch mal unten drunter wenn es auch gleich aussehen mag was für eine stufe ist ja ich finde spiel hat einen schönen aufbau es erinnert mich sehr auch wenn es viel einfacher ist an valheim durch diese stückchenweise bessere ressourcen gesundheit ressourcen brauchen ja also durch diese du kommst halt praktisch von einem grasbium in einen strand würde ich mal sagen wobei der gleich gleichwertig auch mit der wüste ist und dann geht es in die wüste und dann in der wüste kriegst wiederum sachen die und kultivieren muss sondern jetzt in schneebi um und und so ist das spiel so ein bisschen aufgebaut und das aber in einer art die mich sehr an minecraft erinnert ich finde es hat hat einen unheimlichen minecraft ich glaube da möchte es auch rein ich glaube in diese minecraft nachfolge ich weiß nicht wie ich es so nennen soll sonst aber es möchte in dieses spielprinzip rein ja das lego fort nein definitiv ist krass kein weil es will nur so die paar sache von welheim haben gefühlt ja also sowas um sowas gestaffelt aufzubauen als du sagst das und das holz kriegst aber nur da und da und dann brauchst du das und das das finde ich eigentlich gut das kann man von mir ist auch noch kleinteiliger gestalten wie es halt in valheim ja der fall ist also da ist auf jeden fall noch mal komplexer aber zum beispiel ich habe so dinge wie die amulette das habe ich ganz spät erst entdeckt durch so spielen also wenn ich das so gespielt hätte wie ich es im let's play machen nämlich von a nach b dann hätte das wesentlich länger gebraucht um herauszufinden dass es dann kategorie amulette gibt die man craften kann die dir zum beispiel mehr herzen geben oder dann ratzfatz mal eben auf einmal 13 herzen hast oder zwölf herzen und dann noch einen drang geben für mehr ausdauer und dann dann bist du da ready aber das merks ja spätestens wenn der wüste in die höhlen muss das ist ja dann der erste punkt wurde mit renken auf jeden fall hantieren muss weil es nicht anders geht ja und das finde ich eine schöne mechanik also spiel ist komplexer als man es am anfang erwartet klar man muss über diesen lego look hinaus und man muss natürlich über das hinaus dass da irgendwo fortner drinsteht weil das ist ja auch was habe ich ganz oft gelesen was die leute einfach abgehalten hat am anfang das display hat überhaupt nicht performt und jetzt ist es besser als das wo ich erwartet hätte dass es performt wo wir gleich noch mal drüber sprechen können aber das finde ich total erstaunlich dass auf einmal die leute erleben ja das ist fortnite ja das ist bei den großen selbst bei den großen fortnite streamer wie war der was ist denn mit aus fortnite geworden hier auch bei trimax oder wie auch immer der spiel das ist ja suchte das ja weg ja ja und und bei dem gab es halt auch normalen content zu fortnite also hatte er eine fortnite base so sage ich jetzt mal so und und selbst die verstehen nicht dass das spiel nicht fortnite ist es ist es ist es ist doof gewählt vom namen her ja lego survival fortnite wäre vielleicht was anderes oder oder feature bei fortnite keine ahnung ich finde es ich finde es hat halt mit dem thema nicht zu tun ich fortnite gar nicht weil es nichts davon hat außer ein paar töne und wie die sachen zerbröseln halt das sind halt die sachen die man aus fortnite kennt aber oder halt auch nicht kennt ist ja auch völlig wurscht aber im endeffekt steht da ein sehr gut spielbares survival spiel dahinter was ich auch noch spitzenmäßig bedienen lässt wie ich persönlich finde es sind ja auch so sachen weißt du wenn so menüführung nicht passt und das macht es auch saugut dann mit diesem buff essen also ich würde mir noch wünschen dass man nicht latent essen muss das würde ich mir noch wünschen könnte man für mir von meinem ich habe den einen abend wo ich da aus dem leben gescheppert und fragte mich warum und dann habe ich gesehen dass der hunger geht ja doch der viertel drunter also der hunger der hunger sollte drin sei also sollte nicht drin sein in form von dass es dass du ständig essen musst um einfach in diesem spiel überhaupt zu existieren das gute ist und das finde ich auch so smart wenn du die figur einfach stehen lässt an der position dann verbraucht die nichts die hat kein leben geht runter kein essen geht runter nichts also das macht das spiel ist wie so ein also nur wenn du die figur bewegst passiert etwas ja finde ich super ja das ist schon mal ein schöner ansatz und das sind halt so kleinigkeiten die man halt irgendwie finde ich würdigen muss egal was da draufsteht ob das bei epic läuft und man das nicht mag oder ob es fortnight ist was man nicht mag oder lego ich habe letztens gesagt ich will aber nichts davon lesen und dann kommt als kommentar da da was weil ich bin da also es ist ja ich verstehe dass dass man man da probleme hat also weil man irgendwie technische schwierigkeiten hat und vielleicht der support nicht so geil ist das kann ich absolut verstehen weil wenn wenn das problem kommt muss es ja auch da sein und das scheint dort nicht so wunderbar zu laufen wie es jetzt bei wie es bei steam zumindest erlebt habt in vergangenheit und das verstehe ich das kann man anprangern aber die befindlichkeiten weil man das nicht will und besser so dieses ich meine man verpasst halt ein cooles spiel und man macht die welt nicht wenn man deswegen macht auf jeden fall also das quark ja es spielt sich schön es macht spaß ich habe jetzt immer noch laune ich bin gerade meine in der wüste und bis ins eis geht dauert noch ein bisschen und bis dahin bin ich immer wieder überrascht was an inhalt drin steckt also ich warte jetzt noch ein bisschen ich habe ich habe ein bisschen gespielt mit euch auch zusammen mit schnapp ein bisschen mit matze aber die bei mir ist der funke nicht 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 übersprungen so richtig wie er sich glaube ich aber auch geschuldet der vorstellung so weit ist das spiel noch nicht wie ich es mir vorstelle was es sein könnte weißt du somit für mich ich habe auf ein auf ein was hatte ich gesagt beim letzten scrap mechanic survival in lego so auf sowas habe ich mich fast schon versteift gehabt und halt auch auf maschinen bauen und so ein kram weil sie so fahrzeuge bauen oder flugzeuge bauen oder da kannst du aber nur über workarounds ja genau und also workarounds mit drei dass die wirklich habe ich mir angeguckt weil du kannst halt wenn du einfach nur baust ohne so ein workaround oder irgend so ein ausnutzung glitches dann kannst du halt nur geradeaus fahren und das finde ich halt ein bisschen schade verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht und ich glaube auch nicht dass es so bleibt ich bin mir ziemlich sicher dass das mit das nächste ist was gepatcht wird und dann bin ich da dann bin ich da mir reicht jetzt noch die die waffenauswahl reicht mir noch nicht aber da könnte ich mir vorstellen da könnte noch auf jeden fall noch was kommen weil im 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 echten lego gibt es ja auch eine größere an auswahl an äxten oder es gibt nicht nur das schwert es gibt noch ein samurai schwert und äxt und so was also im ganzen kram gibt es da noch so glaube ich das wird schon noch kommen das fehlt mir also nur ein schwert oder eine axt ist mir zu wenig und bei den bögen halt genauso ja aber auch da glaube ich halt echt dran aber es kommt ja da bin ich auch überzeugt aber ich meine auch dass das spiel also wir hatten ja vorhin gesagt seit ich das spiel oder gerade diese abend mit schnafen wirklich so dass das so ein minecraft gefühl war weil es so einfach ist ich glaube dass es dadurch weil es so minimiert ist in vielen dingen deswegen ist es so entschleunigend also ich wir haben bei total geschild wir haben einen abend und von mit vier bis fünf stunden haben wir an so einer wüsten basis rumgebaut ja und haben uns ausprobiert was in der wüste ist und rausgefunden und getüftelt und und das hat total spaß gemacht dass so im detail zu bauen und am nächsten tag komme ich auf dem server dann ist auf einmal hat schnaf hier die bank mit dem kerzenständer drauf und was dann hat so ein bisschen steht ein wischmopp in der ecke und also kleinigkeiten hat ein bisschen dekoriert und es hat irgendwie voll bock gemacht hat mich sehr hat mich sehr an 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 valheim und so erinnert auch wenn man nicht so klein nicht so hübsch bauen kann finde ich also bellheim schon hübscher ich fände es müsste so ein expert modus geben was kommen wird an baustein ja genau es müsste ein expert modus geben wo ich mehr bausteine habe das finde ich zu wenig man kann anscheinend im kreativ modus hat man anscheinend mehr freigeschaltet als im single player oder im überlebens modus möglich ist mir kann es ja fast gar nicht sein nee ich finde es müsste noch die ganzen ein oder zwei jahren zu geben also alles ja 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 ich finde die bausteine müssten da sein und ist eigentlich auch farbauswahl und so was ich weiß nicht und das kannst ja irgendwie so abmildern dass du halt diesen klassik modus hast wurde halt nicht überfordert und überfrachtet wirst und dann so ein kreativ zusatz modus oder wo man dann die können ja freigeschaltet sein dann kann man das ein bisschen filtern weißt du dass es nicht überladen ist ich finde jetzt schon sind die menüs teilweise zu lang aber halt auch für für kontrolle ausgelegt ja so deswegen also ich bin noch nicht so nicht so drin aber nicht weil ich nicht glaube dass es ein gutes spiel sein wird oder könnte sondern weil du mehr bauen willst weil ich ist mir noch zu wenig genau genau das ist mir noch zu wenig also lego technik wäre noch cool wenn aber also ist ja schon teil drin ist und weißt du das genau ist alles in meinem kopf abgegangen als wir letztes mal über dieses spiel geredet haben und ich doch wirklich und dann glaube ich ist ist habe ich mich selbst zu doll gehypt das kann das ja noch gar nicht darstellen finden die erwartungshaltung war zu hoch die erwartungshaltung war enormst und dann sehe ich gucke ich dann also ich habe halt ein bisschen gespielt den abend war begeistert von der zeit ich hatte und guck danach dann direkt wie baue ich autos ich brauche halt so ein ziel und dann mache ich da auch weißt du dann mache ich da auch hüllen und alles was du möchtest aber es muss funktionieren und dann steht da halt okay das geht nur wenn der gesetzt und dann die absetzt dann fällt das so ineinander dann kannst du da irgendwelche hebel raufbauen weil ein hebel kann immer nur eine ganzen ein konstrukt kann nur von einem hebel bedingt werden und dann wieder an oder aus das kommt hundertprozentig also zumindest primitiv dass man eine art ein lenkrad hat dass man zumindest ganz normal lenken kann wenn man da irgendwas baut das muss ja nicht verkompliziert werden aber muss bitte einfach lenken können deswegen gibt es aber glaube ich noch kein rage drüber weil sich ich weiß nicht ob es der offizielle aussagen geht aber ich glaube jeder ist sich sicher das kann ja nicht so bleiben da bin ich mir absolut sicher das ist jetzt hier das spiel das polischt dass es das läuft hervorragend das hat inhalt und das kann erst mal raus so so ein ding war das und dann haben wir noch ein bisschen was in der hinterhand denke ich mal ja ja was ich aber wirklich anprang als der preis für den skiff für skins also der ist krass das finde ich übertrieben ist schade ich hätte mir sogar schon welche gekauft nur die kosten dann so mindestens 1.300 wie jetzt ne wie bugs und das sind das sind umgerechnet in 10er oder so was oder von mir aus 8 euro im sale das finde ich zu viel macht es ein bisschen billiger dann würde ich sogar da ein bisschen geld einwerfen weißt doch immer so einen schicken skin zu haben den man da irgendwie nutzen kann ich muss schenken habe ich nicht da ist das nicht muss nicht umsonst haben aber das sind ja so ein band gut bundles gibt es ja teilweise aber die sind halt auch sau teuer ich finde es halt übertrieben und wenn ich überlege dass im vergleichbaren dimensionen kinder eltern an betteln betteln oder gar ihr ganz taschengeld in diese wie bugs rein zu ballern das finde ich jetzt nicht gut also da könnte man wenn das einer schreiben würde könnte ich sogar noch nachvollziehen wenn einer sagt hier nee diese diese aber das kann ja auch alles beschränken also das ist ja nicht gesagt dass kinder das und da ist ja nicht alleine also das macht ja genau das gibt ja noch andere hat ja schon ubisoft mit irgendwelchen skins und so weiter destiny skin also ist auch epic aber es wird dann nur vertrieben und aber auch das ist von bungee und die nehmen das geld also wie gesagt ich finde das in game finde ich jetzt in game stores grad bei free to play es muss ja irgendwie finanziert werden wenn ich für so einen komischen ja irgendwie so viel kohle ausgeht genau das ist schade also tatsächlich hat overwatch das geschafft gehabt bei mir meine haben wollen zu triggern ja ja das haben wollen zu triggern und auch die grenze für was gebe ich für aus zu minimieren obwohl ich glaube ich sogar für das spiel geld nicht habe dafür geld bezahlt vollpreistitel war overwatch 2 meine ich wobei ich habe glaube ich nicht dafür geld bezahlt weil ich damals von irgendwie irgendwie bekommen habe das kann sein aber es waren vollpreistitel genau vielleicht deswegen aber ich habe da mehrere also ich habe da glaube ich 150 euro habe ich bestimmt in insgesamt investiert echt ja 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 krass in aber über über einen zeitraum nicht also über einen zeitraum von weiß ich nicht vier fünf jahren halt so also schon sehr langer zeitraum und auch da habe ich auch zum beispiel schreiber habe ich so ein ich glaube so ein 20 euro paket an lootboxen geschenkt zum geburtstag mal oder so weil der ja auch da total drin war der war mr mr ford fortnite sag ich ja genau mr fortnite nennen wir ihn so richtig gut guter name kann ich ihm sagen ja ich finde es auf jeden fall großartig was ich gerne noch mal ausprobieren würde das ist ja also das war lego's lego fortnite warum eigentlich lego survival ist für mich immer noch ist ja ein teil dieser pakete die man spielen kann also ist ja dieser survival part wo wir auch drüber reden die ganze zeit und es gibt ja noch andere es gibt ja noch ein auto rennen es gibt ja noch verschiedene andere sein der will ich auch noch mal reingucken der andere hieß festivals fortnite festivals da kann ich nie was gehört gehabt da machst du mucke auf der bühne irgendwie ja mit leuten zusammen und so kannst du auftreten blibla blub da weiß ich nicht dass du irgendwie ein mikrofon oder eine gitarre oder so freischalten kannst ich habe mich so ein paar e-gitarren freigeschaltet weil gerade in fortnite ist gerade weihnachtsaktion da kriegst du alle 24 stunden kriegst du ein päckchen dann kriegst du neue skins und habe ich so da gibt es jetzt gerade für lego fortnite gibt jetzt diesen weihnachtspaket skin also wenn du das hört sollte es noch aktiv sein wir sind ja am ersten weihnachtsfeiertag also vermeintlich und da kann man immer alle 24 stunden das ist in fortnite unter aufträge ist das da gibt es ja oben diesen diese waag rechts und paar menüpunkte unter der aufträge kann man entsprechend päckchen öffnen und kriegt dann kostenfrei ein paar sachen meistens aber eher für das fortnite nicht für das lego fortnite aber im ersten war ein skin mit einem ein wandelndes weihnachtsgeschenk ja wenn man nice naja ja wissen schon wie man geld macht sagen wir mal ja also ich meine du du schadest meines achten jemanden dabei wenn du einfach dieses dieses survival ding da zockst für lau und war ja auch so ein punkt ich habe dieses spiel geliebt overwatch jetzt und und habe da jeden tag viel zeit investiert einfach auch weil ich es einfach das ist es hat mir auch was gegeben ne okay dann und dann fühlte ich mich auch auch nur schlecht ich habe es ja sogar in overwatch league also hier diese diese bundesliga der von overwatch habe ich ja sogar ein trikot ein original trikot aus amerika das hat mir auch nie gekostet aber weil ich auch ich war halt so richtig das war so richtig meins ja bei mir war es das erste mal dass ich was gekauft habe im store war im store im in-game-store sozusagen war damals bei planzeit 2 dieser das war ja also für jemand der battlefield gerne spielt war das ja die offenbarung fand ich jetzt persönlich dass damals es rauskam war das der erste oder nicht mit dem flug einheiten und und spielerisch geil diesen diesen ich komme gerade ins träumen mit diesen biolaboren weißt du wurde dich wo du dich nach oben transportieren lassen musstest und von dort aus dann innen rein und so das war es hat mich sehr an bad company 2 erinnert dass du so diese karten wurde stufenweise aufbaust oder eins der besten battlefield teile wie es ist 20 battlefield 20 jetzt kann 20 21 42 meine ich oder mit zukunft mit diesem titan modus ja kannst du erinnern nee habe ich nie gespielt das nie den teil okay für mich eine der besten spielmodus dies gab und wird dann später auch auf kopiert und da habe ich in planzeit 2 investiert weil da gab es so ein das war ja damals in der alpha der beta bis gezockt und dann kam es raus und dann habe ich so ein 40 euro paket was ich starter set irgendwie mit ingame währung skins und xp boostern und solche sachen wie es halt typisch ist weil es so einen spaß gemacht hat das spiel war einfach so großartig und das hatte ich nicht genervt mit werbung oder hat irgendwie an jeder ecke gesagt jetzt kauf mich sondern du wolltest das du wolltest das weil das spiel geliebt hast und hast dort investiert und das kann ich absolut nachvollziehen aber wenn es dann dazu führt dass leute teilweise da auch getriggert durch die ganzen großen influenza die dann nämlich pack openings am laufenden band machen das finde ich das ist ich verstehe warum sich das leute angucken ja also ja ich verstehe das schon weil man weil man überrascht ist was bei rumkommen kann ob da jemand glück hat so finde ich also ich kann das ich verstehe das schon glück des anderen zu sehen gut so oder die überraschung was da drin stecken mag oder einfach dass einfach jemand schwachsinnig viel geld für irgendwelche ingame käufer einfach ausgibt und das krasse das ja auch so ein peto mobile ne irgendwie der der influenza der großes der kriegt viel viel kohle und gibt und kann somit viel viel kohle in solche ingame sachen ausgeben also das kann content sein und glaubt mir der verdient nicht sogar ein einge haben sie nicht oder sogar ein irgendwie gebastet dabei dass das fake war was er bekommen hat dass das schon das waren es gab es gab shops wo die es gibt ja diese die die bevorzugt haben ja genau 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 es gibt so so trading also handelsseiten wo praktisch die ingame sachen also die gegenstände aus in dem fall counter strike und co über markplatz der nicht innerhalb von steam liegt weiterverkauft wurden in dem praktisch die käufer vermittelt wurden und das war so ein ding und da gab es viele seiten die dann gesagt haben wir machen jetzt ein glücksspiel raus wir tränen ins glücksrad für das und das kannst du einen zufälligen skin oder was gewinnen und das wurde da wurde ja feststellerweise irgendwie werbung für gemacht das finde ich das ist dann absurd das ist dann wenn du wenn es anfängt ich kann mich erinnern damals bei pubg bei pubg gab es ein gründer paket und als influenza hatte man das glück dieses gründer paket zu bekommen ja und es war es gab eine hochzeit oder so kurz davor ich habe leider ein bisschen zu spät reagiert es war eine hochzeit habe ich den schwarzen ledermantel aus diesem paket ja für 700 euro in game steam währung verkauft den hast du verkauft ja ja es waren irgendwie nach 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 steuern und es war eine hochzeit mit 700 und ich habe drei am ende rausbekommen 350 oder so aber wenn auf einmal durch ein in game item gut man ich hätte mir auch das paket kaufen können hätte ich wahrscheinlich auch damals gemacht irgendwie für 30 40 euro hast du auf einmal dein geld für x-facht ja weil halt einfach das zeug so hoch gehandelt wird und so ist es halt mit counter das zeug halt auch ist krass ich meine im endeffekt hat ja steam selber drin eingebaut dieses system du kannst ja beim marktplatz deine gegenstände verkaufen und wenn irgendjemand ist halt bereit dann die kohle dafür auszugeben also da sind ja auch so so karten oder sowas die du da hast in game also nicht in game sondern so booster packs wort er war ist jeder überhaupt nicht durch aber die kannst ja alle handeln für geld für echtes geld und dann gibt es welche sind mehr wert und wir haben welche die sind weniger wert ist es hat sieben cent oder so ist meine höchste oder glaube ich elf cent war meine höchste karte die ich habe ansonsten ich weiß gar nicht wie man warum soll ich verstehe den punkt überhaupt also wenn du wenn du pubg in der vergangenheit oder den anfangszeiten gespielt hast hast du mit sicher ich habe den glaube ich sogar den mantel hast du hast du gegenstände im inventar die auf jeden fall zu gewissen zeitpunkt mal viel geld wert waren selbst jetzt sind die noch drei vier euro wert ich meine es ist ja absurd dass jemand für einen wie er aussieht das geld ausgibt also also folgen fortnet anscheinend ja standardmäßig irgendwie ein zehner wegdrücken oder noch mehr für solchen kram bescheuert ist ja diese wahl die die denen ist das geld egal nein das nächste spiel was so wahrscheinlich ich bin also in die ähnliche kerbe geht ist once human da habe ich aber im letzten mal ganz kurz drüber gesprochen und habe gesagt das wäre ein extraction shooter wie ja 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 vor ist aber quatsch ist es hat damit gar nichts zu tun was ist once human ich habe mir die erste folge bei dir angeguckt die erste folge sagt nicht viel und das ist glaube ich auch mein problem gewesen gut gut die erste folge zeigt vom spiel eigentlich wenigst geht das in der zweiten folge wirklich los ich müsste auch nur umbenennen und ist irgendwie intro oder so nennen und dann die erste folge jetzt geht es los aber das da ich glaube das hat viele abgestreckt die erste folge weil das so sehr kochima mäßig intro abgedreht absurde okay okay sagen wir jetzt sitzen wir hier und jetzt kannst du uns erzählen die story ist relativ simpel die menschheit ist zerstört worden durch den sogenannten stardust also sternen staub der praktisch die erde verseucht hat und du gehörst zu den einen die meter human die also meter menschen die halt diese seuche überlebt haben und du bist halt da um die welt wieder so ein bisschen zu retten also die ganze welt ist ja verseucht mit diesen pilzsporen überall sind alles eingewebt erinnert so ein bisschen an the last of us genau und überall sind irgendwelche abgefahrenen monster aber auch wieder so absurd mit so einem koffer der solche blasen abschickt oder wie nennt man das ein ein strahler von einem film set so ein beleuchtungs ding und wie so ein klassisches mit den vier klappen vorne strahlt dann irgendwie das licht raus wo du auch die gegner mit bekämpfen kannst also du kannst das ding dann in die hand nehmen und brennst mit dem lichtstrahl die gegner sozusagen und ja ich habe das dann den einen abend gezockt und wollte einfach nur angezockt aufnehmen davon einfach nur mal kurz reingucken ja und dann wurde irgendwie so immer klarer wie krass das spiel eigentlich ist und dann habe ich halt ein let's play gestartet und dieses let's play läuft für youtube verhältnisse finde ich unterirdisch also im vergleich zu dem weil ich sage das ist genau das was ist mein kanal über jahre schon begleitet vielleicht nicht diese absurdität aber ja aber werkbänke story fortschritt ist das bekannt groß das spiel also ist das nö das kommt ich glaube daran liegt so ein bisschen so meine ich ja also ich kann es ich kann es nicht nachvollziehen also ist das open world ja ja so kannst du es nennen ja ist das bist du hier mit anderen auf dem server ja ja das feste server mit ja mmo sozusagen mmo aber kein pvp soll auch kommen doch mit pvp zu also es soll so sein so was ich bis jetzt gehört habe meinen stand heute jetzt ist es gibt pve und pvp server und glaub mir du hast selbst ohne also wenn du ballern willst kannst du auch ballern also da ne da ist vielleicht der nervenkitzel höher dann aber dass da ja sowieso mehrere instanzen gibt und also geben wird werde ich mit sicherheit auf einem server pvp spielen auf der anderen pvp um einfach beides zu erleben weißt du also um bauen basteln zu können und auch mal eine runde pvp okay und und bauen ist angelehnt an was was kein also natürlich ressourcen zusammensuchen schmelzen blablabla aber nicht irgendwie eine bauphase wo du einen hammer schwingst und was aufwertest sondern du setzt die teile mit den ressourcen die du hast und dann sind die da dann sind die da und die grundressourcen die du erzeugen musst barren einschmelzen etc das dauert also das ist hat einen gewissen ablauf natürlich eine schmelze läuft so und so lang ein kochvorgang hat dauert so und so lang das ganz klassisch aber ich finde in so vielen belangen so gut umgesetzt also so klassisch und und es hat an so vielen ecken das habe ich auch erst alles im nachgang rausgefunden weil ich auch so ein bisschen durchhudel durch die spiele weil ich ja erst mal das spiel erleben möchte an so vielen ecken hol mal hier punkte ab hier ist noch was ich jetzt noch ein bisschen ein paar credits die du wieder nutzen kannst um seine basis aufzuwerten und also ein kram also das ist echt gut j ist die taste der erfüllung j drücken dann hast du so eine übersicht wo du punkte abholen kannst für aktionen die du machst baue eine werkbank gibt punkte machen das gibt punkte fälle ein baum gibt punkte also es gibt überall punkte und levelst dann hoch und kannst dann seite sachen und ein tolles crafting system fette maschine kannst du bauen so eine shopper so ein shopper so ein fettbob weißt du so ein tiefergelegtes ding mit einem fetten tank vorne und richtig cool also ich finde es das ist und das ist nicht es hat nicht für mich dieses gefühl von diesem asiatischen ich will deine kohle abziehen mmo wo es ja meines erachtens sehr sehr viele von gibt also dieses spielprinzip ist es ist klar ist auch vom thema eher das was ich gerne spiele so es hat so diesen akte x so die menschheit ist verseucht und nicht akte x kann man nicht sagen aber so diesen mystischen in zeiten ja so endzeit mystisch die bedrohung ist so ein bisschen unklar das gegner design finde ich total geil diese quallen die in der luft rumschweben und so lila leuchten und ich habe jetzt mein haus umgezogen das habe ich total genervt weil direkt über meinem haus sind immer zwei quallen plus ein verseuchte bauer ist aufgetaucht die dann so ganz komisch den himmel anbeten sind ja alle irgendwie so ferngesteuert von diesem virus aber wir haben natürlich wir können da überleben und haben so einen rucksack bekommen der dann noch irgendwie energie speichert da sieht aus als ob ein schmetterling drin ist es hat so ein ist es auch das hat so ein gefühl ist final fantasy ein bisschen 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 hier der postboden simulator mehr so diese also typisch kojima das würde ich sagen das ist fällt in diese richtung aber es ist im vom vom großteil des gameplays ist es klassisch aber gut gemacht also ich finde das waffensystem wieder kraft ist wie die rüstung machst mit mehr stufig und da noch verbesserung drauf und da noch eine mod reindrücken in die waffe die dir noch mal drei prozent mehr schaden auf das und das gibt und okay okay so recht kleinteilig das mag ich schon sehr geil und dann hast du schöne grafik läuft sehr gut aus ja und ja und ich deswegen ich kann nicht nachvollziehen warum also ich kann mir nur vorstellen dass die leute die erste folge gesehen haben und dachte nee das ist absurd das gucke ich mir nicht weiter an das finde ich schade so schade ich habe hier die in die zweite geschalten und 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 das ist ja quasi ganz anderes gameplay ja du landest am ende der folge land ich praktisch in dieser in dieser welt also in der heutigen zeit oder wie die hat die erde jetzt ist und da ist die ganze welt verseucht und was am anfang komisch wirkt ist dieses dass an jeder stelle und ecke eine basis steht die spieler gesetzt haben richtig das finde ich nicht so ganz gut gelöst weil dieses was man da sieht und was da meistens auch leuchtet also was nicht ein haus sondern er auch so wie so ein zelt das ist so eine mobile base die kannst du überall hinsetzen also es ist wie bei wie ist das von amazon hier das open world sag mal new world genau wie bei new world dass du so ein lagerfeuer hast was du dynamisch mitnimmst führt allerdings dazu dass dann der weg da irgendwie so geflastert ist aber es ist finde ich viel besser gelöst insgesamt wie das ganze aussieht als in so einem new world ich finde es sehr gut gemacht also wenn du einen berg baust ist diese basis grundsätzlich auf erst mal einer plattform du kannst eine komplette basis mitnehmen das finde ich so fantastisch das gibt es auch schon ist jetzt nicht super neues aber du baust praktisch ein komplettes haus mit meinem carport wo meine hebebühne drin ist wo meine harley geparkt werden das kannst du komplett einmal umziehen nimmst einfach den gebrauch und ich will jetzt in das gebiet zock und setzt das ganze wieder ab geil mit und da ist nicht irgendwie eine million ressourcen weiß ich wohin damit sondern du hast die basis ja und die kannst du dann wieder setzen das einzige was du wieder reinsetzen musst ist im basis computer ressourcen die deine basis schützen das habe ich verpeilt habe ich ein bisschen ressourcen verschwendet aber nicht das also nicht der rede wert das kriegst du schnell wieder so und dann hast du basis aufgebaut hast eine karre und fährst dann so in pois looten genau du fährst dann du hast erstmal eine grundstory die erzählt wird mit recht langen cutscenes für mich schon wieder fast zu lang also okay sehr kleinteilig erzählt um was es geht und wie es der menschheit geht und wer in welchem gebiet die 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 hoheit übernommen hat also wer ist dort bürgermeister gute nacht schöne weihnachten schöne weihnachten euch auch dankeschön guten rutsch ja und gesund bleiben und anständig bleiben hat er jetzt zu mir gesagt chat habt ihr gehört zuhörer geil das ist ja dann doch ganz anders ja ja also es hat es ist wirklich gut geworden ich finde die werkbänke sehen unheimlich gut aus also dieses design von dem gesamten spiel gefällt mir sehr sehr gut die rüstung sieht so richtig es erinnert mich sehr an die division so die wenn du dann voll aufgerissen am anfang rennst du an unserem spontex anzug da raus weißt du wo mit einem sehr knackigen hintern wo manche zuschauerinnen schon geschrieben hat oder auch zuschauer da bleibe ich auch mal dran bei dem hintern so ungefähr da wird gezwiggert genau ich finde es sehr sehr gut gemacht ich mag diese abgedrehte story und ich finde das hat man schon gesehen ein händler hat dann mal irgendwelche anderen credits die musste dann wahrscheinlich irgendwann mal kaufen irgendwann gehe ich mal davon aus wenn es implementiert ist dann kriegst du halt den besseren schalldämpfer oder oder was was da immer besser sein mag keine ahnung ich werde sehen also mein interesse wäre ein pve ganz klar weil pvp faktor ist auch so geil die bosse sind instanziert ich war in so einem labor folge müsste ja die lief genau wenn der podcast rauskommt lief die am sonntag und dann ja bin ich da so rein und meine vorige aufgabe war noch empfinde freunde weißt du muss ich mit jemand befreunden dann gehe ich ins labor klickt die kugel an dann kommt sowieso ein ladebildschirm ja achtung ist dann jetzt mal für zwei spieler gedacht ich so nein hat aber auch irgendwie nur so keine ahnung 80 schuss dabei oder 18 schuss oder lächerlich wenig aber ich dachte ich guck's mir mal an und dachte was kann passieren sterbe ich halt ist doch und dann arg like bis nee du kannst dann aus der instanz raus du kannst während des kampf kannst den kampf abbrechen also was dann bedeutet dass der boss das wieder von vorne losgehen würde aber du kannst das wenn du merkst das macht dir keinen sinn und ich muss mich hier nicht durchsterben ja ja ich habe beim ersten mal habe ich halt so meinen was ich dabei hatte was ich im laufe des spiels gefunden habe mollis granaten habe ich versucht aber dass der boss noch drei phasen hat danach und du viel viel mehr munizio brauchst wusste ich zu dem zeitpunkt nicht und dann bin ich halt raus und dann habe ich ihn gemacht und der bosskampf war gut mit so phasen der hat so einen riesen gettling in der hand gehabt dann musst du auf die gettlinge ganz schießen bis sie fallen lässt der monster war da das war so ein ja weiß nicht so ein liebel wo du da wenn du hattest gettling ne der typ war nicht groß er war so ein bisschen wie der hulk also wie der gewachsener mensch genau und achso ne am anfang gab es ein intro das war in der ersten folge wo du den 5g mast bekämpft hast ja der 5g mast ja der auf einmal leppendig wurde und da musst du dem das ding aus der hand schießen dann nimmst du die gettling genauso wie in dem intro ballerst auf den noch ein paar mal da kommt wieder eine phase und 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 also fand ich gut gemacht und ich habe echt gekämpft weil dann noch die imps kommen weil es so ganz klassisch kleine gegner die noch weg machen muss ja 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 das hat so es hat so bock gemacht es war so es hat sich so geschieht dahin gespielt und ich war den kampf fertig war ich stolz dass ich das geschafft habe dann beim zweiten mal aber muss schon mal so 500 schuss mitnehmen und jetzt noch mal für für die leute die dir jetzt ein bisschen angeheizt hat wie wie kommt man aktuell das das da ist jetzt der große haken also am anfang als ich vom erzählt habe beim letzten mal und das einmal geladen und gestartet hatte war es so dass du einfach von der webseite den klein drunter geladen hast also du bist auch hier beim beta teilnehmen gedrückt und konnte es dann wenn du das spiel gestartet hast hat er gesagt erst einmal ein account mit google mit discord oder mit irgendetwas und ich habe gesagt komm discord ist am unverfänglichsten dass nichts hinterlegt keine zahlungsdaten keinen echtname und nichts und habe den dann aktiviert und dann konnte ich spielen und dann danach war die beta viel zu hat zu viel aufmerksamkeit bekommen oder die leute haben gecheckt dass das zu gut ist also was ich sag real hat es gespielt und und rick und die ganzen großen und dann haben sich zu viele dafür angemeldet und dann haben sie die close gemacht und jetzt musst du halt über die webseite musste anfragen musste anfragen sozusagen kriegst dann code zugeschickt krass an irgendwie so eine muss praktisch eine e mail eintragen und so eine kurze umfrage also umfrage beantworten ja mal gucken also ich bin im moment muss ich mal gucken ich habe mich da als 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 creator beworben weißt du so weil ich spiele erstmal sehr gut finde und und aber da jetzt das feedback auf youtube so wenig ist verstehe ich nicht ich hoffe dass die leute da noch bock kriegen wenn das kommt bestimmt wenn das ein bisschen aufmerksamkeit bekommen hat weil im endeffekt das grundsätzliche gameplay ist sehr cooles crafting bauen mit auch gut ausreichend ganz richtige häuser hinbauen also das gibt mir so klassische häuser motorrad hinbauen weil weiß was da noch alles kommt und das ist eine riesige karte mit immer so ist so war das bei guild wars so dass das immer so gebiete hast die sind von level 7 gebiet bis level 18 und so weiter gibt es aber in mehreren spielen gibt es in mehreren spielen und dann ziehst du weiter praktisch in den süden und dort ist das gebiet mit den höher klassischen gegnern oder merkst schon dass sie ein bisschen stabiler sind und ähm ja dann holst du da neue materialien weil fahrzeugtechnisch ist jetzt bisher dieses motorrad dabei gibt es da noch mehr soll da noch mehr kommen weißt du weiß ich nicht weiß ich nicht gut ich habe nur das motorrad mehrfach gesehen und ein paar mal fahren sehen aber da ich mich ja im startgebiet aufhalte weiß ich nicht was danach kommt also mehr als es und ich habe aber gemerkt ich habe mit einer gewissen pause wieder gespielt und gemerkt dass die spieler und spielerinnen umgezogen sind mit ihrem buden ist das das was ich da auch zwischendurch gesehen habe dieses dann läuft nicht dieses tier oder was war das diese plattform die da gelaufen ist das war in der in der ersten folge meine ich oder in der zweiten das laufen die laufende stadt ja also die laufende stadt ist ein welt event ist das das so praktisch so wie es auch in mmos schon gab dass du mit mehreren die aus der welt können dort hinkommen und können gemeinsam diesen gegner bekämpfen ja geil okay gut so ein weltenboss sozusagen verstehe ja also es ist klassisch eine mmo mit einem sehr geilen setting finde ich eine super grafik will eher realistisch sein ist alles sehr asiatisch aber das liegt halt auch an den entwicklern oder von der idee insgesamt von dem spiel aber ich finde es super ich finde es unheimlich ist in keiner weise irgendwie zu asiatisch weißt du mir zu viel killer augen es ist mehr so dieser dieser abgedrehte also der gute style so der mir gefällt aber was auch an animes oder mangas ich eher lesen würde oder schauen würde geil ja ich finde es gut ach so noch ein hinweis es läuft nur noch bis zum 11 januar also je nachdem wann ihr diese folge hört ist der spieltest dann wahrscheinlich zu ende und die keys werden aktuell immer freitags ausgegeben die geben immer 3000 neue zugänge raus wenn man sich beworben hat die zufällig ausgewählt werden und es geht halt nur bis zum 11 januar aber rein theoretisch habt da zwei wochen zeit jetzt wenn ihr da irgendwie das glück habt da reinzukommen und ansonsten mitte nächsten jahres sommer sommer drittes quartal 24 soll es auskommen und dann kann man natürlich auch länger spielen und dann macht es auch sinn weil dann natürlich auch der fortschritt und nein bevor die frage kommt es wird mit sicherheit nicht oder kann ich mir nicht vorstellen dass der spielstand aus diesem test mitgenommen wird das ist eigentlich nie so oder seltenst so jubi so jubi so jubi genau ansonsten ja spieltechnisch hat mich hier haben die drei genannten über die wir gesprochen haben lego und die beiden haben mich aufgehalten die ich auf die über die woche die über die woche geholfen ja ich habe diverse demos ausprobiert es gibt ein zombies survival online game oder so also ccs go ne zs go habe ich ausprobiert habe ich direkt wieder zurückgegeben katastrophenspiel finde ich wirklich so ein early access unity assets so diese diese kennt man doch wo die meisten spiele so draus gemacht sind was sie diese figuren diese low polygon sind wo es dann ritterspiele von gibt oder ein jetzt nebenfall als zombie geballer ja und so umständlich zu bedienen das spiel sah echt gut aus und es lief eigentlich auch ganz gut aber die bedienung war aus der hölle so die maschinen und das ganze war also nee und ich bin wirklich ich sage auch so ein spiel hat potenzial aber ich fand das hat überhaupt nicht hat überhaupt keinen sinn gemacht finde ich also da haben da gibt es zu viele gute zombie baller spiele die man ja auch weißt du noch wie es heißt damit die leute sich das jetzt nicht kaufen ja dieses zombie survival dieses online game zombie survival online game zs go also wie cs go geil wie die mobile variante von counter strike aber glaube ich zumindest keine ahnung nee ich fand es das ist wieder so ein ding wo sich jemand denkt ich könnte ja mal ein zombie survival spiel machen ja da finde ich finde ich da muss da muss damit was kommen was wirklich gut funktioniert also es muss von den grundlagen schon mal sehr gut funktionieren dann aber so diese wenn du dann anfängst menüs zu bauen wurde von ganz rechts nach unten nach ganz links und schwierig also dafür finde ich unser leben zu kurz dass wir schlechte spiele spielen ja also ich finde so ein spiel muss auch wenn es im early access ist und vielleicht nicht alles komplett hat muss es vom ersten mann muss es nicht kriegen es musste ich so nach einer spätesten stunde musste bock auf das spiel haben oder nach so einem tutorial was du spielst oder wie auch immer ja ähm genau ähm na subsistence hat ein großes update bekommen kannst du dich erinnern dass wir vor ein paar wochen vor ein paar wochen ich bin schnafgezockt ja ja und da waren ja die pflanzenfasern die man so schlecht findet war ja auch so ein ding ach quatsch das kann ja nicht sein haben sie jetzt gepatcht mit komplett neuen items siehst du jetzt besser und also ja ehrlich jetzt ja okay hat der podcast gehört oder was keine ahnung nein wir haben doch genau darüber redet und jetzt kommt er hier mit zum ding um die ecke oder wie das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen dass wir da in irgendeiner form beteiligt waren 100% was habe ich noch ausprobiert no one survived habe ich noch mal ausprobiert da gab es ja auch ein großes update ähm aber das hat mir nicht das fand ich auch zu zu sperrig also da vielleicht muss man noch mal ran dann irgendwie aber irgendwie ich fand auch wenn ich subsistence unrealistischer finde also gerade mit dem spawn von diesen taschtäschchen und so ein kram hat sich das irgendwie vom spielen besser angefühlt ja also no one survived finde ich auch nicht schlecht aber es fühlt sich schon sehr auch wenn es immer besser wird es wird schon sehr gut aber ich finde es immer noch nicht sieht halt realistisch aus no one survived normal das haben wir mit slash zusammengespielt wo am strand hütte gebaut haben aber auch horden kommen können alle sieben tage da gab es schon autos genau autos gibt mittlerweile auf diverse zombies ist es echt es ist gut ich habe mal jetzt einen server aufgesetzt gibt es so eine neue karte mit dem bunkersystem und so weiter da wollte ich mir mal wollte ich mal reingucken aber so beim ersten spielen da hat dann auch der server nicht richtig funktioniert und dann war da die gab es kein loot und dann habe ich irgendwann war ich dann genervt habe ausgemacht weil ich dachte ne da spielt lieber lego oder wasser once human dann weiß ich das macht spaß das muss da nicht sein so was war das andere once human und lego fortnite ja können wir gleich nochmal ausformulieren ja so jetzt ist es mittlerweile wieder viertel vor acht ich bin weil ich auch den tag gestreamt habe und lang am pc gesessen habe bin ich schon ziemlich müde deswegen bleibt uns nur zu sagen also mit kommt mit elan in die neue woche bleibt vor allem gesund ich glaube das ist das wichtigste mit elan müsste muss niemand in die woche kommen ihr habt ihr jetzt im zweifelsfall wenn ihr diesen podcast zum release hört habt ihr ja noch zwei tage also noch zwei weihnachtsfeiertage also ihr könnt heute den tag genießen ihr könnt auch morgen den tag genießen und dann wir wünschen euch einen guten rutsch ins neue jahr genau stimmt wir hören uns nicht mehr direkt am zweiten für euch am ersten für euch wieder da am ersten hören wir uns genau auch wenn wir wahrscheinlich dann auch im alten jahr auf das ist halt diese zeitblase die man da so macht also wenn jetzt sag ich jetzt mal das jahr untergeht der podcast ist am start trotzdem falls jetzt sag ich mal um zwölf die welt untergeht stimmt das ist auf jeden fall online irgendwie man seit den lieten technisch ist er denn schon im weltraum also das sind schon hochgeladen also sind wir sozusagen auch ach ja das ist ja cool coole vorstellung so ja alles gut meine damen und herren herzlichen dank für dieses tolle jahr schönen dank dass wir uns zugehört haben und wir freuen uns auf noch ein jahr die zwei wie nur eins ja alter nie natürlich nicht nur eins nein minias bis an das bis uns bis zur unendlichkeit und noch viel viel weiter genau wahrscheinlich bis zur unendlichkeit bleibt gesund wir hören uns ich winke abonniere jetzt jetzt ich jetzt jetzt und jetzt Vielen Dank.